So, da ist ja diese Kiste. So geht das. Ich habe was gegen deine Erkältung, aber du bist es nicht möglich. So geht das. 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 So Ents. So. So geht das. So geht's. So geht das. Ich finde, der sieht echt cool aus. Das Serum sollte zuerst bei... Connors verursacht diesen Albtraum und kauft sich mit diesem halbgaren Gebräu frei. Erstaunlich. Man könnte meinen, dass er mir Auskorb wegnehmen wollte. Dr. Smile. Ich will nicht, dass du sein Versuchskaninchen bist, Gwen. Schöne, Gwen. Er weiß, was das Serum tut. Wenn es jemand riskieren muss, dann ich. Nein! Wenn es wirkt, produzieren wir es bei Auskorb. Nicht in einem irren Haus oder Kanal oder Spinnennetz. So, dann wollen wir mal. Was ist, Mike? Was passiert? Was habt ihr getan? Was passiert? Ein Heilmittel? Meine, 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 meine! Ich wusste, ich kann dir und Connors nicht trauen. Das war euer Ziel. Mich zu vergiften und alle zu vergiften. Damit seine Bestien die Stadt beherrschen. Das wird nicht passieren. Dafür wirst du zahlen. Dafür wirst du zahlen. Was hast du getan? Das hätte nicht passieren dürfen. Gwen, es tut mir leid. Das sind einfach zu viele. Oh, da fängt er auch direkt wieder an. So, Moment. Vielleicht mal gucken, wo die überhaupt noch mal sind. Oh, ich bringe auch fast alle Aufsicht drauf, ne? Keine Wahl habe ich hier. So, dann können wir noch ein Magazin. Dann können wir direkt weitergehen. Nö, kein Problem. Es tut mir leid. Oh, oh, oh. So, ich bin noch ein. Schade, ich wollte gerade Netzsprint machen. Warum lassen die nie zu, dass ich das machen kann? Die sind echt geumachen. Bevor es hier wird, ist auch schwer. So, nehmen wir das Rest der S-Matee. Warum kann ich hier nicht mehr? Nichts zum Helden. Jetzt zeigt man, was dauert das so lange? Oh, ich bin da. Ja, das ist ja auch da. Ja, da geht's guter. Das sah nicht guter aus. Ich habe noch mehr Schmerz. Ja, da geht's guter. Ja, jetzt schaut das super, oder? Ja, da geht's guter. Manchmal ist es echt schwer. 100 EP-Punkte, 60 EP-Punkte. Für Konvos und 60 EP-Punkte. Hier waren wir doch eben, oder? Ja, ich sehe da, was sieht die da aus. Er ist verrückt. Peter, kannst du mich hören? Gerade so. Gwen, alles okay? Ging mir schon besser. Hörst du, ich denke, ich kann dir mit der Tür helfen, aber es wird noch dauern. Nein, nein. Meine Entschuldigung. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Okay, Wahnsinn. Oh. Ich flüchte von der Wache. Woher soll ich verflüchten? Nee, da soll ich nicht noch mal weg. Boah, die können mich ja so großartig machen. Das wäre echt gemein. Ah, da hau. Oh, endlich. Die wollten mich aber hier auch aufs Trapp halten. Oh, oh. Nein, 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 nein. Nichts bewegt sich so schnell wie man will. Oh, der Laser. Was ist denn von den Geräten? Ich verstehe. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.